Die Modelle werden mit den Löchern nach unten auf den Aufstampfboden gelegt. Der Unterkasten kommt darüber, die Modelle liegen in der Mitte. Der Modell-Sand wird aufgesiebt. Das ist besonders fein aufbereiteter Sand. Das gibt eine glatte Oberfläche am Gussstück. Das Modell muss komplett mit Sand bedeckt sein. Wenn das Modell vollständig mit dem feinen Modell-Sand bedeckt ist, wird der Unterkasten mit dem gröberen Füllsand übervoll gemacht. Dann muss man alles gut fest stampfen, aber nicht zu fest. Das Ganze muss halten, im Sand müssen aber feine Poren erhalten bleiben. Erst wird mit der flachen Seite gestampft, dann mit der breiten Seite, wie hier gezeigt. Meistens muss man auch Sand nachföschen. Für das Stampfen braucht man viel Gefühl. Nach jedem Arbeitsschritt muss der Arbeitsplatz richtig picobello sauber gemacht werden. Der Sand darf nicht verloren gehen. Das ist Spezialsand und schwer zu beschaffen. Der Unterkasten wird gewendet. Die Modelle, hier sind es zwei Herzen, die zusammengegossen werden sollen, werden bis zur sogenannten Teilungslinie freigelegt. Das ist die Linie, an der das Stück am dicksten ist. Die Löcher sind jetzt oben. Das alles muss sehr glatt und krümelfrei werden. Und mit Handfeger, Händen, Lanzette, Blasebalg und Geduld wird's was. Der Oberkasten wird aufgesetzt und das Innere wird mit Talcumpulver übergepudert. Das geschieht, damit sich Ober- und Unterkasten sauber trennen lassen. Nun wiederholt sich das Sieben, das Auffüllen, das Stampfen und das Abziehen auf dem Oberkasten. Der Kasten wird vorsichtig geöffnet. Das Modell wird vorsichtig herausgezogen. Der Eingusskanal wird gestochen. Und der Einguss-Trichter geformt. Es dürfen keine Krümel in die fertige Form fallen. Anschließend wird der Oberkasten mit den Bolzen wieder auf den Unterkasten gelegt. Wie immer muss auch hier natürlich der Arbeitsplatz wie der Picobello sauber gemacht werden. Der Schmelztiegel steht schon im Schmelzofen und wird mit Aluminiumteilen beschickt. Der Ofen heizt nun das Material langsam auf. Auf dem Ofendeckel wird der Nachschub getrocknet und vorgeheizt. Das Gießwerkzeug wird auch vorgeheizt, sonst kützt nachher die Schmelze zu sehr ab. Die Schlacke schwimmt oben und wird mit dem sogenannten Kretzer abgezogen. Der Tiegel glüht orange. Bei Zimmertemperatur ist der grau. Der Gießvorgang erfordert von allen höchste Konzentrationen, damit nichts schief geht. Das flüssige Metall ist verdammt heiß. Alle tragen eine hohe Verantwortung für das unfallfreie Gelingen. Wenn geschmolzenes Metall übrig bleibt, wird es in die Coquille gegossen. Das ergibt handliche Barren, die beim nächsten Mal wieder geschmolzen werden. Das Metall erstarrt schnell, ist aber noch lange sehr heiß. Der Kasten wird entfernt. Heraus kommen die zwei Herzen aus Aluminium. Aber na nun! Da wurde noch etwas anderes eingeformt und gegossen. Das Werkstück, das hier aus der Form geholt wird, ist ein neues Werkzeug. Daran muss noch viel gesät, gefeilt, gebohrt und geschliffen werden. Der eigentliche Gießvorgang ist hier jedoch abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff. Das ist ein neues Werkzeug. Das ist ein neues Werkzeug. Das ist ein neues Werkzeug.